Dort noch eins und dann dort noch eins. Na, so. So. Und dann hier so. Nutzen wir doch gleich den ganzen Bereich. Was hier haben wir? Hier haben wir 95, 96. Da kann ich es aber nicht hinbauen. Das heißt, ich baue es 6, war hier nicht irgendwo 96? 96, da. So. Gut. Genau 99 Energie. Wenn das nicht mal geplant war. Was wächst denn hier? Hier wächst kein Reis. Hier wächst Reis. Das heißt, ich muss auf dieser Insel Spirituosen anbauen. Und die dann per Schiff rüber transportieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Abla, bla, 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 bla. Nerv, nerf, nerf, nerf. Zack, zack. Hier eins und hier eins. Dort eins und dort. Dann Handelsroute. 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 Einladen. Hey. Spirituosen. Ausladen. Spirituosen. Schließen. Den brauche ich gerade eigentlich gar nicht. Den geht es auch so gut. Ah ja, genau. Hier ist die Gemüse. Und dann... Gut, passt schon. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Aber... Hat sich schon alles erledigt. Wir bauen munter weiter. Mit einer schönen hohen Bilanz. Ein wenig schneller. Und noch schneller und noch schneller und noch schneller. Schneller, 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 schneller. Schneller. Meine Kinder werden es einmal besser haben als ich. Bestimmt. Bestimmt, mein Junge. Landen nicht in so einer Absteige wie du. Wie sieht's mit dem Fisch aus? Ui. Schlecht. Der sinkt. Das bedeutet... Hafenbereich. Hafenbereich. Eins... Zwei... Drei... Vier... So. Und jetzt... Wie sieht's... Ähm... Jetzt hat... Der sinkt immer noch. Immer noch den roten Pfeil. Ich mag aber nicht, dass der rote Pfeil da ist. Ich werde aggressiv. Ah, jetzt ist er weg. Ja, grün. Ups. Will doch nicht chatten. Achtung. Produktionsstillstand. Ja, bla bla bla. Ich glaube, ich brauche noch eine Tee-Plantage. Einmal Tee, bitte. Tee... Hier ist Tee. Klack. Machen wir gleich zwei. Weil es so schön ist. Eins... Zwei... Drei... Eins... Zwei... Drei... Drei... So. Guuuut. Das ist guuuut. Sogar sehr guuuut. Gut. Ähm... Harry, sieh hier und ich hab gar keinen Schnaps im Haus. Du brauchst auch keinen Schnaps. Macht eh nur doof. Zack, 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 zack. Wie viel brauchen wir denn? 360. 360. Gut, die Hälfte ungefähr hätten wir jetzt schon mal. Noch ein paar, noch ein paar. Ui, feindliche Einheiten. Ich registriere Aktivitäten auf ihrem Stützpunkt. Hektische Vorkehrungsmaßnahmen. Hektische Vorkehrungsmaßnahmen. Also die Schlägerei Fohlen. Die hätten sie sehen müssen. Wo sind die Feindlichen? Einheiten? Einheiten? Bauen wir Tycoon... Tycoon Schiffswerft. Geht noch nicht. Haben wir denn... Wir haben Sand, haben wir noch 14 Tonnen. Kalkstein haben wir noch 9. Okay. Wie viel Sand haben wir denn über? Ach, genügend. Das heißt, wir können locker hier ein Kalksteinbruch... Irgendwo... Wo noch ein Plätzchen frei ist. Und ich schon ein Ding hingebaut hab. Ne, das heißt, ich brauch auch noch unbedingt so ein Teil. So. Dann eben hier... Eins. Zwei. Und zuletzt... Guter Letzt, aller guten Dinge sind drei. Gleich hab ich's. Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Na los. Noch 10. 5. Noch 5. Seine Instruktionspläne erfüllen. Passt. Soweit so gut. Beton. Hab ich eine Tonne. Senats-Effekt. Wie... Schnee-la, Schnee-la. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Oh, 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 oh. Und dann auch noch von Fliegenden. Wo ist mein... Ähm... Hab ich nicht... Schiffsliste? Ach, da. Hier, greif mal an. Hol' ihn runter. Oh nein, oh nein, oh nein. Und ich hab keine Munition. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Ich weiß, soll man nicht sagen, aber... Muss halt sein. So. Scheiße. Alarm. Registriere Angriff auf alles Ihrer Fahrzeuge. Nein, nein, nein. Reparieren, reparieren, reparieren. Ich registriere Aktivitäten auf Ihrem Stützpunkt. Hektisches... Kommandoschiff, start klar. Ja, Kommandoschiff. Kommandoschiff, start klar. Kommandoschiff. Bitte gehen Sie an Bord. Ja, jetzt hau her, die Scheiße. Erwarte Ihren Befehl. Ah, schneller, vielleicht ein wenig schneller. Kommunikationssysteme online. Reparatur, Reparatur. Hier. Bevor das Schiff drauf geht. Na, los. Jawohl. Oh, das... Wie viel Leben hat das noch? Zwei. Ja, krass. Jetzt wird der Reis geröstet. Und der Alkohol verbrennt. Jetzt lasst doch das Schiff in Ruhe. Ist doch eh schon fertig repariert. Repariert doch lieber das, was viel nötiger hat. Gut. Ähm, was wollte ich bauen? Das hier wollte ich bauen. Hier sind die Infos über den geplanten Umfang der Versorgungsflotte. Okay. Einen... Mindestens einen Ingenieur. Ich registriere Aktivitäten auf Ihrem Stützpunkt. Hektische Vorkehrungsmaßnahmen. Ja, ja, ja. Die sind doch immer hektisch. Jetzt fahr da mal weg, damit die sich um das Schiff kümmern. Startschwierigkeiten? Bei mir jedenfalls läuft gerade das nächste Schiff der Kriegsflotte vom Stapel. Ja, schön für dich. Ähm, wird das mal repariert? Fahrzeug durch feindlichen Beschuss vernichtet. Ah, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ihr Auftrag? Kommandoschiff. Ein Kommandoschiff fertiggestellt. Ja. Initiiere Steuerungsroutinen. Ja. Ein bisschen schneller. Alle Systeme bereit. Wo ist es, da ist es? Wieso wird es nicht repariert? Reparieren. Ja, jetzt, erst wenn alle weg sind. Erst wenn alle Feinde tot sind, dann reparieren wir. Das heißt, wenn ich jetzt Ingenieure haben will, muss ich mehr Leute aufsteigen lassen. Damit die Bedürfnisse freigeschalten werden. Hamburger wollen die haben. Hamburger macht man aus Gemüse und Fleisch. Das kann ich ja zum Glück alles auf dieser Insel hier produzieren. Oh, wie war denn das jetzt gerade? Ich schaue mal ganz schnell in den Anno-Rechner hinein. Na los. Ach, ich hasse es. Der lässt mich manchmal nicht runtertappen. Gut, dann schauen wir. Äh, was, wie heißt das? Ähm, 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 hm, Fleischwarenfabrik. Nein. Fertig. Fertig, fertig, fertig. Wie heißt denn das? Aromastoffproduktion, die brauche ich dafür. Wo steht das denn? Lebensmittelkonzern, da habe ich ihn. Ah, zwei Schweine auf ein Aroma und ein Lebensmittel, gut. Das heißt, zweimal Schweinen und einmal Aroma auf ein Lebensmittelkonzern. Eins, zwei, drei. Und dann nur, ach scheiß Feierfox. Eins, zwei, drei. So, eins, zwei, drei, passt. Da können wir noch, aber so viele brauche ich ja eigentlich auch nicht. Das dürfte, eine dürfte ja reichen, gell? Aroma, was fehlt? Fünf Beton. Einmal bitte fünf Beton. Achtung, Produktionsstillstand. Produktionsstillstand. Ja, gut. Könnt ihr empfehlen. Achso, haha, kann ich ja schon lang. Gut. Eins, zwei, drei. So, ich baue das extra, dann kann man nämlich hier nochmal eine hinbauen. Dann baue ich hier noch eine Straße, weil dann kommt da noch irgendwo der Lebensmittelkonzern da am besten hin. Oder wenn ich die hier wegreiße und die hier ein bisschen umlege, dann kann ich auch...